ja auch das ist ja schon an um ja okay Herr Lager der der Trelle da ist berg und um ja nach langer langer Zeit melde auch ich mich mal wieder zu Wort hier nicht nur zu Grund oder zu irgendwelchen anderen Mist und ich wollte einfach mal am Anfang dieses Videos mal ein paar kleine Kleinigkeiten loswerden wie ihr gemerkt habt ich habe mich ein bisschen rar gemacht auf diesem Kanal hier und weil wenn sich eh keiner meine meine LP Videos anschaut dann brauche ich auch keine mehr zu machen ja aber dafür steht ihr mehr auf die Videos von meiner Frau der Trevelina ne und wenn euch das Spaß macht dann wenn die euch so gut gefallen dann einfach nur weiter gut ähm weswegen ich mich jetzt heute mal zu Wort melde ist ähm ich habe da so einen Wunsch bekommen von einem Abonnenten und guten Scrap-Kameraden und zwar dem den wie heißt der nochmal äh ja genau dem Stievels Gaming ne an an dich jetzt hier mal ein paar schöne Grüße so mal außerhalb ne und ja okay ähm wie gesagt dein dein Lied ist in Arbeit ne und an dieser Stelle einfach mal auch an an all unsere anderen Abonnenten 130 an der Zahl ist mittlerweile ja also ne ja für manche mag es vielleicht nicht viel sein für uns ist es viel ne also wie gesagt danke in drei Jahren für ja gut für eure rege Anteilnahme für euer Interesse und wir hoffen dass wir euch natürlich in Zukunft auch weiterhin gut unterhalten können ja also wie geht es jetzt mit mir weiter ähm eventuell werde ach ja wundert ihr euch gar nicht über die Tonqualität ja ja der Treveler hat sich ein Mikrofon gekauft ein Standmikrofon ja ja hat er sich gestern gekauft und heute weiter erst ein und ich denke mal diese die Qualität die ist auf jeden Fall besser also ich sehe das hier mit Oda City wo ich das aufnehme die Ausschläge sind super ne ja finde ich gut ich hoffe die Qualität ist auch super aber das müsst ihr mir dann sagen wie ihr die Qualität findet so aber jetzt genug gesammelt ähm wie gesagt wie geht es weiter ähm ja der letzte Song den ich eigentlich aufnehmen wollte genannt Fear of the Dark ne also ja der ist leider nichts geworden weil echt ich krieg's nicht hin ganz ehrlich ich krieg diese scheiß Stimmlage von 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 Ared Siren krieg ich nicht hin ja also wie gesagt tut mir leid meins ist halt mehr so das tiefere ach apropos tiefer ähm das vorhergehende Video das äh Voice Cover Video von Christian Woman es ist nur deshalb nochmal neu hochgeladen worden weil ich die weil ich halt da die die Voice Qualität die Stimm Qualität ein klein wenig verändert habe nochmal neu abgemischt und dann hoch äh hochgeschmissen habe also es ist also wenn ihr euch das nochmal anhören wollt ne also wie gesagt es hört sich besser an und ich habe da noch einiges hinzugefügt ja also mehr werde ich aber nicht verraten also anhören Leute aber nur wenn ihr wollt ich zwinge ja kein ich zwinge ja kein zu nichts ne gut aber wie gesagt ähm ja wie geht es bei mir jetzt eigentlich weiter ich werde mich vor allen Dingen jetzt aufs aufs Musik Caban werde ich mich spezialisieren weil ich mag Musik ja es gibt es gibt Leute denen bedeutet Musik absolut nichts im Leben also mir bedeutet es halt was und warum ja warum bedeutet mir Musik eigentlich so viel im Leben tja für mich ist es einfach ja eine gute Wirklichkeit sag ich mal seine Gemütszustände auszudrücken auszudrücken was man denkt was man fühlt und was man gerne loswerden möchte ne ohne halt ja ohne halt sag ich mal sinnlos auf die Straße zu gehen und anderen Leuten ein paar aus Maul zu hauen nur weil sie gerade da sind na also wie gesagt und ähm ja wie gesagt um meine meine persönlichen Gedanken zu verarbeiten meine persönlichen Empfindungen ja ja und deswegen wie gesagt so aber wie gesagt genug das drum herum gesammelt ähm wie gesagt dein 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 Lied ist in Arbeit Stimul und ja und ansonsten an dieser Stelle noch ein paar ganz ganz herzliche Grüße an den Final Level Gamer an den Glitter ist Simon an den Osoma LP an den Multimario LP dann fand ich auch an dich Stivel dann ähm ach mal einfach so an alle die uns kennen uns abonniert haben und die mittlerweile zu unseren sag ich mal zu unseren wirklich dicken Freunden gehören ne aber wie gesagt jetzt ähm Schluss mit dem Schluss mit dem Gesabbel und dann werde ich mal jetzt ein kleines Liedlein anstimmen ne mal ganz kurz mal ganz kurz mi 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 A B nein ach quatsch was mach ich denn hier C D E F G A H C ok pass und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020